Hallo und herzlich willkommen zurück zu TET hier in der Schneewelt, obwohl man es gerade bei mir nicht sieht. Rivas ist mit dabei. Alles klar, Exel. Yo, Hanni. Servus. Oha, Exel, geh weg, geh weg. Der Traitor. Juhu, guten Tag. Andi. Servus. Jo. Und... Exel, da geht's noch weiter. Ja, willst du das da oben kaputt hauen? Nein, mach selber kaputt. Ich hab keine Waffe. Dann geh ich halt, Jo. Du hättest das kaputt hauen können mit deinen Fäusten oder wo? An ich nicht, bin ich zu inkompetent für. Ja, der hat's da. Der hat ein paar schware Hähnchen, der kriegt das. Ja, ich bin... Hier ist jemand gestorben. Ja, wer denn? Also ich hab'n... Wanden war wahrscheinlich, oder? Ist übrigens auf der anderen Seite hier. Da. Woa, Johanni, hast du gerade die Dings geworfen, die Brand? Das war jetzt... Äh, warte mal, es war ne Brand? Der ist ungünstig. Der wollte ne Branden zerstören. Alter! Bullshit, sorry. Es war jetzt eh jeder. Wann war, oh mein Gott. Ach Mensch, was soll die falsch? Ich will das verköten. Ich hab ne Mac-10 und sonst hab ich das gemacht. So, dann muss ich das sagen. Ja. Bis zu AD't hab ich ja wieder wirklich... Das ist schlimm, ne? Das ist die erste Runde, in Wann war es schon wieder Schwerter. Das ist... Gut, also Wann war... Es weiß eh jeder. Oh, Schwerter kommt ein Auto. Hallo, Grun. Hallo. Ja, dadurch hat sich Wann war jetzt leider einen kleinen Vorteil geholt, aber... Minimal. Oh. Minimal, ja. Obwohl, ne. Ich brauche immer ne ordentliche Waffe, aber ich mein' ja... Okay, einer ist gestorben. Okay, einer ist gestorben. Ich hab noch voran, aber... Entweder Fake gleich, oder... Ich glaub, das war ne Auto. Oder mein' ja glaub ich an der Todesursache nachgucken. Ganz ehrlich, jedes Grundschulkind lernt... Wow. Wow. Oh, okay. Jedes Grundschulkind lernt, das ist... Hallo, Exel. Ach, du was? Habe ich dich getroffen? Ne. Mit dem Fass, was ich entchafft habe? Also, ich bin schon mal Indon. Das habe ich gerade im... Ja, da... Oh, 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 man. Warte mal, ist hier erschienen? Ey! Johanny! Okay, da war Trailer. Es ist schon mal rein. Ab wann war gefunden? Ja, dann... Nein, hast du nicht. Exel, hier. Guck mal, hier. Da, die Tür. Dahint so die Tür, ist ja rausgekommen. Es ist wieder rein, jetzt. Du, Wann, Sie? Ich weiß nicht. Triebe zu, was ich hab. Was ist denn? Warte, geh da rein am besten, Andi, da drin. Aber, aber nein! Andi, lebst du noch? Noch, ja! Was war das denn? Was war das jetzt? Und Johanny! Aber Johanny, was hast du falsch gemacht? War er straight? Achso, war er, ja stimmt. Ja, aber was hat ein Johanny... Ach, die Stra... Johanny ist durch ein Auto gestraut. Ich, weißt du, ich überweis ihm vorher noch meine Credits. Und dann sowas. Wie schafft ihr das überhaupt? Einfach mal gucken, ob ein Auto kommt. Ja, dann denk ich mir auch manchmal so. Ja, du wurdest ja auch schon vom Auto überfahren eben, oder nicht? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das Problem ist einfach, die sind so, auf so tiefsten Lande, na, dort kommt einfach kein Auto vorbei, dort brauchen die keinen Verkehrserziehungsunterricht machen, weil bei drei Autos am Tag ist es sehr unwahrscheinlich, da wirst du eher vom Blitz getroffen. Hanni, gehst du das mal zu, oder was? Ich komm hier raus hier! Wow, Friendship! Äh, Friendship? Ich dachte gerade schon die Runde wäre vorbei. Ich dachte gerade schon die Runde wäre vorbei. Hä, warum? Ich bin jetzt mitten in den Towerstar. Hä, warum ich? Hä, ich bin hier mitten in der Musik, aber das Ding ist bei mir nichts. Das sagt nichts, ich hab nie gesagt, dass du es bist. Das macht mir aber nichts. Hä, doch, klar hast du das gerade gesagt. Kann mir denn irgendjemand sagen, wo das Ding gelandet ist? Wo denn? Äh, in diesem einen. Ach nein, ich sag nicht, in der Ha... im Ha... ich bin in einem... Ist es? Du fragst mich Sachen im Dach. Ja, wie gesagt, wo man aufs Dach geht. Ja. Für mich kann man da nicht aufs Dach gehen. Und da. Hier kann man raus! Oha, das war ich sicher nicht, da zwei Leute... Oh, scheiße, Alter! Das rutscht ich da oben! Johannes prüven, Nenno! Johannes prüven! Johannes prüven! Johannes prüven! Johannes prüven! Johannes prüven! Sorry, hallo! Na, hi! Scheiße! Hallo! Achso! Hä? Ah, sehr schön! Oh! Oh, Mann, wann war! Was machst du denn? Loh, Joa! Ey, kann das sein, dass ich und Johanni geantäuscht haben und Johanni... Guhum! Guhum! Ich glaub... Oh! Ex ist es! Tja, das war so klar! Du sagst nicht so, wo ich direkt neben dir bin! Soll ich denn? Jori, warte! Ja, 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 ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ah! Fick doch die Henne! Johannes! Das ist so komisch! Johannes hat sich getauscht, Alter! Das ist so richtig weird! Ja, ja, das nennt sich Teleport Gun! Jaaa! Ich hab Johanni mit mir getauscht in dem Moment, wo er jemanden erschossen hat! Ja, ich hab ihn erschossen! Aber... Aber Exe, du hast mich in den Tod teleportiert! Oh! Oh! Echt? Ja! Guhum hat mich doch... Ja, Guhum hat mich dann direkt getötet! Ne, du bist auf der anderen Seite der Straße gelandet! Ja, ja! Ne, ich bin auf dem Dach gelandet! Wo Guhum war! Ne, ach so, da! Ach so, der Erste! Ja, da wieder! Ah! Ja, da wieder! Ah! Aaaaaาah! aaaaa b ... c ... Old Lied! Was sundenn? ... mein Freund thefield war ganz gut. Das war ja eh wieder quasi wieder daig! Hey, hier wird schon geschossen! Gibt's nicht! Andi!! Wasぇ?! Он vaifullivan! Andi!!! Er hielt einfach so Just for fun herum, er hat doch gar nixésgemacht! Hehehe, ich schies einfach Schloss ömer ran rum und man redet voll rein, eh! Katch co brand header performances! Ich will schaden machen! Ne willst du, ne?! Eeeh, Andi! Andi! Soll ich jetzt Andi töten? Sagen ich als Dieter. Also ich, Andi gekillt. Nee, Andi gekillt. Sehr gut. Oh Gott, Auto! Oh, Auto, Auto, Auto! Nein, nein, ich bin noch, ich bin noch am Leben, ich bin noch am Leben. Oh, Gott. Konfirmt ihn jetzt bei jemand? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg! Ah, ja, ich bin da oben. Wenn möglich, bitte. In-O! In-O? 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 In-H-E-N-O-N-C-E-E-N-T. Der nur das gemacht was der Detektiv mir gesagt hat, Oh. Ja, aber das ist nicht schlimm. Haben wir grade eine Melone rausgeflogen? Wo raus? Äh, aus dem Gefängnis. Haben wir Melone geflogen. Wann war immer auch? Ach, das ist Andi. Oh, nein, ich kill die Melone. Ja, aber solltest du sonst sein? Ich kill Andi! Andi ist unsterblich! Du bist einfach schlechter, immer! der ist umstärker ab ihm ey wer ist da oben verschwunden ist ja unwahrscheinlich dass du ihn gekannt hast ich versuche hier grad hochzukommen krass was hast du für ne Waffe Karl krass das tötet Menschen ja hast du diese Menschen getötet du bist auf jeden Fall Traitor ich will jetzt mal was austesten schon wieder Melon ey das gibt's doch nicht ach komm kauf ich mal das wer ist denn da der Obsthändler Mensch ich werd das austesten ich spring jetzt aufs Auto kann doch bitte die Schottkange haben Null Fall an Waffe nein bist du Wanda der war scheiße wohl doch hat getroffen ach man schade ich hab den Sprung aufs Auto nicht hingekriegt ey hey von wem oder was wurde ich jetzt getötet von mir Taube Taube also zwei Kills gemacht ja hat er drei roten hineinander Traitor eindeutig feiter ja eindeutig ein Fall so aktive nein nein für einmal Abdallah und das Team von Galileo Mystery ey Joanni er versucht schon auf mich zu schießen in der Prepelling Phase ja ach wem ist das kennen wir doch was war das denn jetzt ich hab in die raumecke geschossen das war weit überkoppelt ja ich bin es nicht Axel Axel ist Traitor ja dann kill mich halt dann krieg ich mich ich grab mir nicht Andy okay gut wieso kann ich ja nicht schießen was ist denn mit der sort of los ja 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 nein ich werde sterben deswegen hab ich ja nur ein Credit gefunden obwohl du zwei am Anfang hast nein das besser sind so Wannva ja ich hätte sich da schon längst gekriegt Wannva sitzt im Gefängnis ne das ist deine Entscheidung ob der Dächtigst äh ich grab mich hier gleich aus weißt du wo ist das Revers ja ich hab eine Friendship von dir gekommen Knie ah wenn dann einer flinkt und es nicht gut war hä kann es sein dass die Faust schneller wird wenn man die lange Götter hält so ich geh jetzt extra ey weiss nicht alle Wannva ey das war meine Zelle wieso schießt du hast zuerst auf mich geschossen dann geh ich in den nächsten Raum soll ich ein wenig warm machen ist ein wenig kalt ja ich bin eh halb ich würde rausgehen Wannva ich würde rausgehen perfekt danke Andy oha also das war schon hart an der Grenze Gubi weißt welch Munition keine Muni nö ee 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 f oh ee ich vertraue jetzt mal irgendwie wann war ganz komisch welche Tür geht denn hier eigentlich überhaupt auf oh ich hab einen Schlecker auf meinem Schirm so da würde ich keiner finden warte vielleicht machen wir das so stand oh das ist ein bisschen zu weit hinten ne Banane gerade boah jetzt ne Banane wär auch gut ne mhm tief im Hals jetzt glaub ich lieber tief warm das ne ne an ich hab sowas oh ah oah 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 sehr interessant wenn es immer schön links und rechts und krebs nur also ich weiß nicht wenn ich wenn er mich sieht ich bin die tippt schlossi auch ich erschießen schienaar von der ich glaube ja er kann sein dass johannik hat gestorben aber auch haupt er an war ja sie werden aufgefordert verkehrsinsatz aber dann sterbe ich doch nein aber davon gehe ich aus nein wir steinigen dich nur und steinigen mich wtr ok ich bin gerade weggegangen ja florin sicher ja ganz sicher aber du hättest noch schreien können dann hättest gewusst dass er tot ist äh dass er also du hihihi 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 ja java wie gesagt ich schieße halt manchmal just for fun in die luft ja mach ich ja auch aber nicht immer wenn ich trader bin hihihi ja ich mach es halt auch als inno mal just for fun damit es als trader nicht so sehr auffällt kopf ich will wie es ist scheiße scheiße dass ich mein handy kopf nicht aufgeladen habe und dass es aus ist dann hätte ich gerade im sound abspielen können somit HALT STOPP ja ja mein ich ja hat den doch gehört oder nö nö ja oh Gott hallo Goom Autsch Alter du hast ja machs nochmal ok ok HALT STOPP karl katniss hört auf karl tötet mich karl 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 hey jetzt lasst du mich doch in Ruhe nein ich will nicht penetrieren oh Gott Andi nein jieee oh es ist rutschig Es ist rutschig nein Andy hast du mich gerade verloren nö ich habe gerade eine neue Waffe geholt achso Ich hab ganz weit der Huber geschossen Mit dem du mich besser penetrieren kannst oder wie? Ich glaub X ist es Warte komm mit, hier ist das Einschussloch Wo ist denn das hier? Wo ist das Einschussloch? Ich find das ist grad echt nicht Ich hab mir aber in die Richtung geschossen Aua Das ist der Shit ey Hallo Goom Also ich hab nur noch 15 RB durch den Championship Goom Da liegt einer tot Der liegt auf der Straße Joanni ist da Ich ist Goom jetzt gestorben daran Also in Turm Mörder ist auch keine große Gefahren Der Flori Ah, der Flori ist tot Ich hab nur noch den Scheiß Friendship Beam Hallo Joanni Der Friendship Beam erklärt dich dazu Ja hier mein ich doch wohl Also Drama das kann nicht sein Ich hab schon so oft Schaden Irgendwo eine gute Waffe Andi? Aber das war nicht der Friendship Beam Nee Der Friendship Beam hat nur zuhundertprozent Ne Reife will ich nicht Was war das denn jetzt für ein Geräusch? M7 und Schöpässe War das von der Karte oder war das von jemand bei euch? Okay draußen einer gestorben Oh Gott Du mörst Jupp Okay gut Sehr schön Andi? Ja? Äh, Kräumer bitte Warte mal Ja sehr gut Sehr gut Ja Okay Aber ich geh einfach mal davon aus Dass er sich in der Zwischenzeit Ich hab grad einen Trader getötet Achso okay sorry Der stand das grad so rum Ich hab Ja Andi möchtest du irgendetwas haben? Wann war hol der am besten aus Um den Traderleichen zu werden? Ich hab immer noch nur ein Credit Na also das ist äh Ich muss mir ganz gut Warte mal zum Verbrennen der Traderleiche Äh wie wärs wenn wir uns sag mal Quibes wiederholen? Na schön M in Chat geschrieben Johanni Oder was auch immer du gemacht hast Was ist das mit mir? Okay ich hole Quibes wieder Ganz egal Nein Ich such grad Munition Nee ist näher getranzt Munition Der siehst ja dass er keine ist Komm hier ab mit dir auf den B50 B50 Was? Ich kenn nur den B50 252 So Drumhör ist unsere Trag aufbauen jetzt Ach ich weiß gar nicht ob das geht verdammt Wow Die Stimme aus dem DM sagt Danke an ihm Boom 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 So Quibes lebt wieder Mach mal den hier wenn du's wei- äh nicht weißt Decke Also ich hab ne Decke Ich hab ne Decke Warte ich geb dir meine Waffe in der Zwischenzeit Wie bitte ich versteh dich nicht Ihr habt gesagt das eine ist noch hier an der Decke war meins Ihr wisst ne Quibes lebt wieder Ja das wissen wir Haben wir uns ja gewünscht Ja Nummer 5 lebt Okay Warte ich vertraue dir trotzdem nicht zu 100% Weil du konntest trotzdem los sein Oh scheiße Weiß nicht ob ich dir vertrauen soll Egal du bist jetzt eh weg Ja 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 Oh Verlebt uns alles noch nur so Ja Einer von uns einfach Ja wer ist Wer lebt denn jetzt noch Alle die ich auf der Liste sehe Sind nur Florian und Karl tot Ja Weil Greaves wieder überlebt wurde Genau Okay Hm Oder die ist wohl weil er Karl getötet hat Ja Äh Johann Johanni 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 ist Vielleicht Du bist gleich tot Johanni verkack jetzt bitte nicht Fuck Egal Danke Nein Oh Ach man Ich hab hier auf dich gewartet die ganze Zeit Als wenn Fahne Du mich nicht getötet hast Goom Dann Hä Du warst doch Täter Nein Nee Johanni war Glitter und Ohne Ach ja 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 Ich hab nicht Das war ziemlich dumm gedacht Als ich die Taube werfen wollte Ja Ich hab dich dann verletzt Von links raus Kevin Ja Aber ganz im Ernst Du bist nicht seltenmal schlau Womö Dann hast du mich mit der Taube getroffen Hast du behauptet du wärst von Friendship Beam getroffen Loil Hallo Axel Womö was war das vorhin Sind wir hier alle jetzt unten gespawnt Womö war doch auch gar nicht Nein ich bin durch den Teleporter hier gekommen WTF Teleporter Teleporter Aber es war ja in Äh es war ja Preparing noch Ja ja deswegen Lalalala Jetzt bin ich verwirrt Was ist das denn Was soll ich dir zeigen Ich hab dir den Teleporter Komm mit Komm mit Der ist in der anderen Hälfte Oh Gott Ich hab eh nur ne M16 Achso Ich zeig ihn dir Äh 4 lang Wir müssen jetzt durch den gefährlichen Tunnel Der ist Schreckens Andi ist auch hier Du lächst ja Du lächst ja Du hast auch nen Ah Andi 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 Alter woanders ist das Na Andi ist es Andi ist in den Tunnel Oh Alter du Arate hast mich angeschossen Du hast zuerst geschossen Ja ich hab mich grad Hüels gehockt Echse kommt Ich nehm mir eben hier die AK So Seh ichs grad richtig Das wir alle grad in diesem Gebiet sind So meine beste Waffe hier Hacker Okay Andi war's nicht Aber ihr wisst weshalb ich ihn erschossen habe Warum Mach dich aber nicht proven Jaja ich weiß Fetisch Es macht dich eher zum Tracer Fetisch Aber Warte ich weiß Ein Shotgun Wo ist denn hier ein Teleporter Ja komm mit in die Scheune Ach in der Scheune Ich bin in der Scheune gespawnt Deswegen Ist das ein Was ist das denn Ist das ein Fernseher Alter aber warte Hier vorne Warte ich mal eben Hier Aha Das ist ein Fernseher Ich musste den Andi bringen Wo ist der Ja in den linken Raum Ganz hinten durch Oh der Was müsstest du grad eben Andi vibrieren Verstanden Andi vibrieren Ja Andi Weil wir mal noch Andi vibrieren Brrr Andi vibrieren Im Untergeschoss Oder im Obergeschoss Im Untergeschoss Hä Ganz hinten in einem der Räume Ich sehe nix Okay Ehm Direkt wann war Meine Frage Ah hier Hier jetzt seh ich den Ja Ich komm schon gerade wieder zurück Lory Wo ist denn der Scheißteleporter Der ist in einem In dem Räume Das ist ein Loch im Boden Da musst du rein springen Wo In welchem Haus Ich bin grad In der Scheune im Untergeschoss Irgendwo in einem der Räume Das ist ein Loch im Boden Da musst du rein So das hat die Scheune jetzt sein Das ist nicht die Scheune Da hinten ist die Scheune Dann tauchst du da hinten auf Wo Wo mähmen wir Wo mähmst du noch Ja Wo mähmst du noch Okay gut Wow alter was Und hier soll das irgendwas sein Im Untergeschoss in der Scheune Müsst ihr mal alles durchgucken Das ist ganz cool Ich wusste auch noch nicht Ah hier Ey komm zurück Drum mal hier gehts runter Warte Warte Ist eigentlich jemand außer Andi und Wache rum Keine Ahnung Ach Lori Ich bin noch da Lebt mal eine weiter Drümmer Drümmer Okay Sehr viel Aussagen Wow Und vor allem auch noch Wow von Echse Wow 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 Das ist ganz schön Wow Weniger Weniger staunen Mehr reden Okay Zeit bereit Wer ist denn jetzt alles hier Okay Keiner ist hier Ich glaub Lori ist Irgendwie ja ne Ah Jetzt leuchtet alles ein Okay Ah jetzt Karl ist es Karl ist es Nein Grum ist es Ich bin Inno Dick dich Ich weiß dass nur noch zwei leben Von daher Ja war klar Aber kein Problem ey Kein Problem Kein Problem Ja ich wusste Ich weiß dass zwei nur noch am Leben sind jetzt Das Radar ist Das Radar ist an Jetzt läuft doch schon ab Jawoll Nein Ich wurde noch getroffen Hey ich hab einen Headshot kassiert und war Imts sind tot WTF Ja 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 das war wirklich so Du Möö Du Möö Du Mieses Sau Was machen wir schon RTV 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 Das war richtig lustig ich teleportier mich Einmal oder was Oder war es jetzt die letzte Ne ne ich wollte speziell noch diese Runde hier mit haben Achso ja okay Dann kommen wir auf gute 25 Minuten Ja das musst du uns sagen Ja nicht wenn ich jetzt Action mache Johanik Mach mal Action Mach mal Action Dann mach ich mal Action Aber lass mich ja nur Action okay WTF Hier ist einfach ein Loch im Gefängnis Captain Opviers hat wieder zugeschlagen Juhu Juhu Du hast echt so Schön die Exe dass dir das jetzt aus so fällt Das hab ich aber echt nicht Bin ich auch noch Dete Ey Was soll das denn Ja Drummer Wer ist das da Ja wieviel 27 Schaden hat mir jemand zuführen wer Ich bin hier bei Johanik Hallo dass wir hier wieder raus Johanik Warum backe ich gerade die ganze Zeit den Drummer Groom sind wir das Hypen Florie komm mal her Nein Wer backst wieder Jaa Autsch Ja er wollte Action Regal Aber bloß nicht ihn Jaja Und du schießt auf einen deiner Wahl Wie kannst du dich aufheben Wow Gries war wieder zu trocken fast Jetzt wirst du dann töten Johanik Jaa Groom hat Groom hat Groom ist getötet Ich schieß Drei Groom hat Groom ist getötet Der snipe vom Dach oben Ich snipe gerade gar nicht Ich schieße auch Ich bin hier nur auf Klo gewesen Er ist ein Fass Eine liegt da vorne und ich confirm den aber nicht Worry Ein fieser Gangster Von mir hat Groom ist doch Wenn er vom Dach aus schießt Ey schieß er nicht auf mich Ah extra Traitor Okay Oh Oh Mann Nein Ah ja Also ich dachte er ist Er ist Detektiv So Oh Oh Scheiße Oh Scheiße Holger Ja ich habe einen Kriter getötetet aber du musst mich ja killen Ach ja wen denn ist es die Frage Wer ist es? Kennt ihr noch diese Scheiße? Wer ist es? Wann war Wann war viel Ja ich sehe Ey Nice Oh Doch Nice Ach man da würde man einmal Trazer und kann gar nichts machen leid Ja Access Tension? Diese Karte kenne ich nicht ich glaube wir sollten sie lieber nicht nehmen Doch Okay Bis Ghana Also Ciao Tschüss Ciao Ciao Ciao